Ich bin Thomas Schrenk, Milchbauer aus Schwanau-Nunneweier. Wir versorgen sie täglich und verlässlich mit Milch und Milchprodukten. Also mir ist wichtig, dass die Milch frisch und gesund ist. Die wird einmal monatlich geprüft auf die Inhaltsstoffe, auf die Tiergesundheit. Wir erzeugen die Grundlage der Tierfütterung bei uns auf dem Hof. Wir haben Gras, Wiesen, Luzerne, Mais-Silage und Getreide, das wir selber einlagern und auf dem Hof zu Futter verarbeiten. Also wir arbeiten in und mit der Natur. Wir schauen darauf, dass wir möglichst wenig Chemie und Mineraldünger einsetzen. Wir versuchen die Synergie der Natur mitzunehmen. Für mich ist der Landwirt die Person, die man dreimal täglich auf dem Teller braucht, damit man was zu essen hat. Ich bin Landwirt und Bauer aus Leidenschaft. Ich will, dass es meinen Tieren gut geht. Am Wohl der Tiere und der Pflanze hängt auch mein Wohl und mein finanzieller Erfolg. Darum ist wichtig, wenn man selbst in der eigenen Verantwortung steht, dass man dementsprechend auch handelt. Ja, so ist das bei uns.